Kerstin Garefrekes ist eine deutsche Fußballspielerin, die seit der Saison 2004 05 beim Erstligisten 1. FFC Frankfurt unter Vertrag steht und von 2001 bis 2011 für die A-Nationalmannschaft aktiv war. Sportliche Karriere Garefrekes begann 1986 beim in Steinbeck, einem Ortsteil der an ihren Geburtsort angrenzenden Gemeinde Recke. ansässigen Grün-Weiß Steinbeck mit dem Fußballspielen und wechselte anschließend zur DJK Arminia Ebenbüren. 1998 trat sie dem neu gegründeten FFC Heike Reinebei, mit dem sie nach ihrer Premieren-Saison als Tabellenvorletzter aus der Bundesliga absteigen musste. Nach dem direkten Wiederaufstieg war sie in jeder Saison die erfolgreichste Torschützin ihrer Mannschaft. Am 17. November 2001 gab sie ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft, die im Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2003 in Enschede die Auswahl der Niederlande besiegte. Sie wurde in der 86. Minute für Martina Müller eingewechselt. Ihr erstes Länderspieltor erzielte sie am 27. Januar 2002 beim 3-1-Sieg gegen die Auswahl Norwegens im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1-0 in der 50. Minute. Mit der Nationalmannschaft wurde sie 2003 und 2007 Weltmeisterin, 2005 und 2009 Europameisterin. 2004 wurde sie mit 26 Toren Torschützenkönigin der Bundesliga. Im selben Jahr wechselte sie zum 1. FFC Frankfurt und gewann mit der Nationalmannschaft die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Athen. Wie auch 2008 in Peking. Mit Frankfurt wurde sie 2005 deutsche Meisterin und ein Jahr später Siegerin des UEFA Women's Cups. Gare Frekes entwickelte sich zu einer der Schlüsselspielerinnen der DFB-Mannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2011 agierte sie zeitweise als Spielführerin. Im August 2011 beendete sie ihre Laufbahn in der DFB-Auswahl. Mit 130 Länderspielen belegt sie den 10. Rang der Nationalspielerinnen mit den meisten Länderspielen. Am 14. Juni 2014 wechselte sie auf Leihbasis bis zum dortigen Saisonende in die US-amerikanische National-Women's-Soccer-League zu Washington. Spirit. Ihr Debüt gab sie am 28. Juni 2014 beim 1-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen die Justin Dash als Einwechselspielerin. Erfolge. Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga 2004. Auszeichnungen. Silbernes Lorbeerblatt. Nominierung für Ballon-DOR 2011. Sonstiges. Gare Frekes entschied sich nach dem Abitur in Ebenbüren für eine Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst. Sie absolvierte ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Münster und arbeitete bis Ende 2004 als Stadtinspektorin beim Sozialamt Rheine mit dem Schwerpunkt Leistungsbewilligung bei Obdachlosen. Zur Sicherheit ließ sich Gare Frekes vor dem Wechsel zum 1. FFC Frankfurt freistellen, um später an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu können. In Frankfurt studierte sie bis 2008 Public Management. Der Diplomarbeitstitel lautete Strategisches Management im Vereins Frauenfußball. Sie arbeitet nun in der Frankfurter Stadtkämmerei im Controlling für das Dezernat Umwelt mit einer flexiblen 21-Stunden-Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017